Musik Hey Freunde, willkommen zum nächsten Unboxing. Diesmal ist meine Bestellung von Röder da. Bezahlt habe ich knappe 400 Euro. Und ja, da würde ich mal sagen, legen wir gleich mal los. Ich ändere den Kamerawinkel gleich noch, aber als erstes haben wir hier schon mal einen Karton. Und zwar, wo steht es drauf? Ja, kann man sich erst sehen. Doch hier. Haben wir hier einmal den Transpomber von Geisha oder Geisha, je nachdem, wie man es erzählen möchte. Gleiches Spiel wie beim letzten Mal. Hier ist ein Stahlkäfig drin. Deswegen lassen wir den Stahlkäfig jetzt so wie er ist. Ich packe es jetzt nämlich nicht aus. Und dann ändere ich die Kamera ein bisschen und dann kommen wir gleich zum zweiten Paket. Also Freunde, bis gleich. Schauen wir doch gleich mal rein hier in die gute Stube. Na, können wir es sehen oder hole ich euch noch näher ran? Ich überlege gerade, wartet mal kurz. Ich überlege, wartet, wartet. So. So. Aha, aha, aha. So, ganz wenig Verpackung. So. Na, ich hole euch mal noch ein Stück ran, wartet mal. Ich setze mich am besten hin, macht sich am besten. So. Wie wir schon sehen konnten, Luftpfeifer, die normalen von Funke. Ein Paket und ein Paket für Luftpfeifer Rot. Wie gesagt, das sind meine Lieblings-F2-Erinnerung an Kindheit natürlich damit verbunden. So, wir haben fünfmal die Yorke Strobe, das sind immer so Stroboskop-Lichter im Dreier-Paket. 2,50 Euro haben sie gekostet und davon habe ich fünfmal mitgenommen. Die werde ich dann fürs Müll-Uhr-Fallwerk benutzen. Ähm, so. Hier haben wir noch mal die Quagling Birds von Explode. Kennt ihr ja schon von der Pyroland-Bestellung. So. Dann haben wir hier eine Neuheit und zwar sind hier, sind das die Goldfontänen von Funke. Sind vier Stück in der Packung, preisig glaube ich fünf oder sechs Euro. Jetzt schauen wir uns den zu Silvester mal an. So, Röder-Feuerwerk, habe ich Röder bestellt? Okay. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich keine Glühwürmchen bestellt habe, weil die waren nämlich ausverkauft. Denke ich mal, wird Röder mir reingepackt haben, danke dafür. Ah, sprich die Glühwürmchen. Oh, wartet mal. Das sind dreimal Glühwürmchen oder habe ich doch dreimal Glühwürmchen bestellt? Ich weiß es gerade nicht. Ich müsste noch mal nachgucken, aber ich glaube, ich habe keine Glühwürmchen bestellt. Also haben wir hier auf jeden Fall dreimal die Glühwürmchen von Röder. So, habe ich die letzten Jahre immer mal geschaffen. Die finde ich sehr gut. Die ist jetzt schneller geworden, soweit wie ich weiß. Die werden mal sehen, den zu Silvester. Ich habe nämlich noch ein kleines Projekt vor. So, die Teile habe ich bestellt, das weiß ich. Das sind die, ich kann es aber nicht aussprechen, Three Stage Trouble. Ja, also das ist ein Zungenbrecher für mich. Diese drei Tonheuler. Wir haben nämlich ein neues Projekt vor. Und zwar wird das nächste Abo-Spezial etwas mit Heulern zu tun haben. So, wie kann ich euch schon mal sagen. Zweimal, ich habe dreimal bestellt. Das ist ein Ersatzartikel. Nein, wir werden mal sehen, vielleicht kommt noch was. Moskito-Schwarm von Röder, den habe ich auch nicht bestellt. Ach, stimmt ja. Ja, 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 doch. Also bestellt habe ich sie nicht, aber Röder wollte mir noch was reinpacken für das Spezial. Genau, sowas. Da werden wir sehen, was da jetzt bei rumkommt. Meine Bestellung werde ich den extra packen. Und das von Röder, was ich nochmal sozusagen gesponsert bekommen habe, werde ich euch nochmal extra zählen. Genauso wie der Dreiklang von Röder. Ja. Ist halt eine kleine Pfeif-Batterie mit 10 Titanheulern auf Schlag. Und dann ist die erste Kiste auf Röder. Ja. 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 So. Den Transpomber, den kennen wir schon. Den packen wir mal weg. Und dann kommen wir zum dritten und letzten Paket. Da müsste ja noch einiges drin sind eigentlich. Weil wie gesagt, ich habe ja selber bestellt. So. Finde ich ja nett von Röder. Hier haben wir schon mal ein bisschen mehr Verpackung. So. Verpackung, Verpackung. Ja, Funke, Funke. Das ist auch meine Bestellung. Dann fangen wir mal an. Wir müssten dreimal die Orient haben. Die Orient ist eine Fontäne mit, ich glaube, 10 oder 12 Schuss Leuchtkometen mit Schweif. Davon haben wir wie gesagt drei Stück. Die gibt es doch schon ewig lange. Preislich seid ihr hier bei 2 Euro oder 3 Euro das Stück. Die schieße ich immer gerne in Dreierfächer. Ich habe das erste Mal die Funke Gold Strobe. Eine wirklich kleine, süße Funke Batterie. Wie gesagt, ich kenne Funke überhaupt nicht an Batterien in Real Life. Ich sehe sie immer nur von Videos und dachte mir, okay, ich hole mir einfach mal die Billigteile. Dann haben wir hier einen leeren Karton. Ja, ein leerer Karton. Müll. Ein großer Aufkleber von Röder. Dann, hier ist schon wohl so eine Dreiklang drin von Röder, die Eigenmarke. Muss ich nachher wirklich mal gucken, weil wie gesagt, ach, hier ist auch die dritte, die ich bestellt habe, genau. Hier ist die dritte Three Stage Trouble. Ich kann es echt nicht. Das ist echt ein Zungenbrecher. So, dann haben wir hier, die habe ich auch bestellt. Und zwar die Ultraluxe von Blackbox in Rot. Drei Stück. Somit haben wir dann noch unsere ganzen Ultraluxe zu Hause, die wir haben wollten. So, wir machen weiter mit einer Purple Korsett. Müssten eigentlich auch drei sein. Hier haben wir Nummer zwei. Nummer zwei. Dann haben wir hier noch eine Little Star von Tropic. War sehr günstig. Ich glaube unter 10 Euro. Deswegen habe ich sie mal mitgenommen. So, dann haben wir hier das erste Bullpack von Leslie. Die Knatterbälle kennt, denke ich mal, jeder. Und ein Bullpack habe ich mir einfach mal gegönnt. Ne? So, dann haben wir wieder den Danke für den Einkauf von Röder. Danke nochmal dafür. Wir haben hier die dritte Purple Korsett. Die sind für das 0 Uhr Feuerwerk, die Korsetten. Wir haben eine aufgeschnittene Funke, Nightfall. Zack. Die habe ich mir mitgenommen, weil die sehr günstig war und trotzdem schöne Bouquets hat. Also von den Videos her, muss ich sagen, ist das eine Top-Leistungsbatterie von Funke. Kann ich dazu jetzt nichts anderes sagen. Ob man die Firma nun mag oder nicht, das ist jedem selbst überwiesen. Ja, es geht ja im Endeffekt nur um die Produkte und ob sie halt preis-leistungstechnisch okay sind. So, wir haben alle verschiedenen Sorten, und zwar der Checker Quacker Fontänen von Funke bestellt. Das 5er Set kostet 15 Euro, genau. Haben wir wie gesagt alle drei. Die hole ich jetzt nicht raus. Die könnt ihr ja den Einzelnen bei mir mal sehen. Die werde ich einmal alle drei einzeln abfilmen und dann nochmal mache ich nochmal ein Video mit allen drei in einem Video. So, wir haben hier noch die Heu-Soßen von Röder. Wollte ich mal testen, damit ich die ein bisschen vergleichen kann. So, ach, komm doch mal raus hier. So, dann haben wir hier die Cracker Sternfontänen. Wie gesagt, alle drei verschiedene Sorten. Kosten auch 15 Euro. Wir haben wieder dreimal die Panda Fire. Die hatten wir ja schon mit dem Pyroland Unboxing dreimal. Jetzt haben wir sie nochmal dreimal. Weil, für die Leute, die es nicht wissen, wir machen dieses Jahr wieder zwei Feuerwerke. Letztes Jahr waren es drei. Ja, so, Kometenschauer Timerain hatte ich nochmal bestellt. Genau. Wollte ich mal gucken, wie die so sind. Weil ich ja wie gesagt Leuchtkometen-Batterien sehr gut finde, weil man die auch gut schießen kann. Und dann haben wir hier auf jeden Fall auch wieder eine Zugabe von Röder und zwar der Tinnitus. Ja, habe ich nicht bestellt. Warum, weiß ich auch nicht. Weil ich ja sehr viele Tieftonheuler-Batterien brauche für unser Spezial. Gut, ich stelle mal kurz alles hier aufs Sofa und dann schauen wir mal, was mir Röder netterweise noch reingeschmissen hat. Und ja, dann bis gleich zum Endcut. Gatton ist leer. Schaut. So. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017